Ich freue mich sehr, hier sprechen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung und wie Sie dem Programm entnehmen können, spreche ich über das Thema Kants Autonomie im Strudel heutiger Theologie. Ich möchte mich im Vorhinein entschuldigen, dass ich Ihnen heute deshalb auch viel Kant zumute, auch wenn Sie es mir nicht glauben, für Philosophen ist Kant sehr interessant. Gehen wir gleich in Medias Res. Ein auffallendes Charakteristikum des aktuellen theologischen Betriebs ist ein großer missionarischer Eifer. Mit demselben Eifer, mit dem einst die Apostel das Evangelium in die Welt hinaustrugen, tragen heute Theologen die Moderne in die Kirche hinein. Zu den wichtigsten Errungenschaften der Moderne zählen sie die Idee der Autonomie. Durch diese Idee hat die Welt, was den moralischen Fortschritt angeht, die Kirche überholt. Was moralisch richtig ist, muss nicht die Welt von der Kirche, sondern die Kirche von der Welt lernen. Dass die Kirche in ihrer Lehre an das Evangelium gebunden ist, zählt nicht. Selbst die Lehren Jesu müssen dort, wo sie hinter dem erreichten Niveau der Moderne zurückbleiben, kritisch hinterfragt und gegebenenfalls korrigiert werden. Zu dieser Korrekturbedürftigkeit bekannte sich neulich der Theologe Magnus Stried im Streitgespräch mit Helmut Hoping, wobei man fairerweise hinzufügen muss, dass ihm sein Gesprächspartner selbst die Vorlage lieferte mit der Bemerkung, Jesus sei als Mensch ein Kind seiner Zeit gewesen. Stried ist der populärste Repräsentant jener theologischen Strömung, die Freiheit als den höchsten Wert ansieht, als jenen Wert, an dem sich die vormoderne Spreu vom kantisch aufgeklärten Weizen scheidet. Er benutzt gerne das Wort Autonomiefreiheit. Darunter versteht er das Recht auf moralische Selbstbestimmung. Ein Recht, das in dieser Auffassung nur in der Freiheit des Anderen seine Grenze findet. Sein Kronzeuge ist Immanuel Kant. Hinter Kant und dessen Freiheitsbegriff könne man nicht zurück. Meine These lautet, dass Stried sich zu Unrecht auf Kant beruft. Und deshalb wollen wir zunächst untersuchen, was Kant unter Autonomie versteht. Autonomie ist für ihn Selbstgesetzgebung. Das ist auch die eigentliche wörtliche Übertragung ins Deutsche. Selbstgesetzgebung. Wie das gemeint ist, können wir nur verstehen, wenn wir uns seine Freiheitslehre anschauen und gedanklich möglichst präzise nachvollziehen. Also jetzt kommt der schwerste Teil. Freiheit ist eine Eigenschaft unseres Willens. So Kant, ich werde jetzt nicht alle Zitate kennzeichnen. Das wird in der schriftlichen Fassung meines Vortrags nach, kann man dort nachlesen, mit allen Belegen und Quellenangaben. Also Freiheit ist eine Eigenschaft unseres Willens. Und was ist der Wille? Kant's Grundbestimmung des Willens lautet, er ist eine Art von Kausalität, also Verursachung. An zahlreichen Stellen bringt Kant diese Überzeugung zum Ausdruck. Im Begriff eines Willens ist der Begriff der Kausalität enthalten. Alles, was er darüber hinaus vom Willen aussagt, sind Beschreibungen dieser Kausalität. Das ist vom Ansatz her ein radikal anderer Willensbegriff als der traditionelle des Aristoteles. Dieser und ihm folgend, die Scholastik, fassten den Willen primär als ein Streben auf. Ein Streben, das intentional auf ein empirisches Objekt gerichtet ist. Und der Wille empfängt, wie Thomas von Aquin lehrt, seine moralische Qualität ausschließlich von seinem Objekt. Und dieses Objekt ist ein Gut, ein Bonum in der Erfahrungswelt, das von den Sinnen und der Vernunft erkannt und bewertet wird. Bei Kant ist das anders. Der Wille ist primär Kausalität, Verursachung. Was verursacht er? Die Handlung. Die Handlung hat ein Objekt in der Erfahrungswelt. Also erst sekundär, aufgrund der vom Willen verursachten Handlung, kommt die empirisch objektbezogene Intentionalität ins Spiel. Für Kant zu spät, um den Willen moralisch zu qualifizieren. Ob der Wille gut oder böse ist, entscheidet sich früher. Diese Entscheidung hängt nicht, wie in der traditionellen Willenskonzeption, vom Handlungsobjekt ab, von der, in der Sprache Kant, von der Materie des Willens. Kant schreibt, es ist also der moralische Wert der Handlung nicht in der Wirkung, die daraus erwartet wird. Also auch nicht in irgendeinem Prinzip der Handlung, welches seinen Bewegungsgrund von dieser erwarteten Wirkung zu entlehnen bedarf. Das heißt, Kant macht den moralischen Wert der Handlung nicht nur unabhängig vom faktischen Erfolg, sondern auch von der Absicht, insofern sie auf das Handlungsziel gerichtet ist. Kant schreibt, die Triebfeder der sittlichen Gesinnung muss von aller sinnlichen Bedingung frei sein. Mit dieser sinnlichen Bedingung meint er die Beziehung auf ein empirisches Objekt. Das heißt also, die Gesinnung, ob meine Gesinnung moralisch gut oder nicht gut ist, geht der Handlung voraus und bestimmt deren Qualität und nicht umgekehrt. Wenn also die Moralität des Willens nicht vom empirischen Handlungsobjekt abhängt, wovon dann? Kant denkt, wie gesagt, den Willen als eine Art von Kausalität. Und Kausalität denkt er nomologisch. Nomologisch, das heißt, die Kausalität, das heißt, die Verknüpfung einer Ursache mit ihrer Wirkung folgt einer Regel. Diese Regel begründet oder beschreibt die Notwendigkeit der Verknüpfung. Ein Beispiel aus dem Bereich der Natur. Wenn eine Kugel eine andere unter einem bestimmten Winkel anstößt, dann ist dieser Stoß die Ursache der Bewegung der zweiten Kugel. Wenn diese Kugel sich beim nächsten Mal in eine andere Richtung bewegt, obwohl sie exakt unter demselben Winkel angestoßen wurde, dann suchen wir nach einer zusätzlichen Erklärung für diese Abweichung. Also, die Angabe des Anstoßwinkels allein, der beide Male gleich ist, halten wir für eine unzureichende Erklärung. Es bedeutet also, gleiche Ursache, gleiche Wirkung. Das ist das Prinzip der nomologischen Kausalität. Wenn dieses Prinzip nicht gilt, wird die Beschaffenheit der Wirkung zu einer Sache des Zufalls. Und beim Zufall hört, wie Kant sagt, aller Vernunftgebrauch auf. Zufall ist irrational. Aber in unserer Erfahrungswelt geht es für Kant immer rational zu, weil die Erfahrung, damit auch die Gegenstände der Erfahrung, den Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung unterliegen. Und zu diesen Bedingungen gehören die Kategorien unseres Verstandes, deren eine der Kausalitätsbegriff ist. Wenn der Wille eine Art von Kausalität ist, dann muss auch er einer Regel gemäß wirken. Statt Regel können wir auch sagen Gesetz. Was bedeutet nun Freiheit? Unser Beispiel mit der Kugel war ein Fall von Naturkausalität. Jetzt geht es darum, die der Freiheit eigentümliche Kausalität, eigentümliche Art von Kausalität zu verstehen. Die Idee der Freiheit ist die eines Vermögens absoluter Spontaneität. Spontan bedeutet, nicht durch eine vorausgehende Ursache determiniert zu sein. Gleichzeitig ist Freiheit selbst eine Art von Kausalität. Als Spontaneität kann sie nicht von einem Naturgesetz determiniert sein. Als Kausalität bedarf sie selber eines Gesetzes, um Ursache zu sein. Wenn ich also vom Willen Freiheit aussage, dann bedeutet dies, der Wille wird nicht von einer außer ihm liegenden Ursache zu einer Handlung bestimmt, sondern bestimmt sich selbst zu ihr. Mit den Worten Kanz, Freiheit ist die Idee von einer Spontaneität, die von selbst anheben könne zu handeln, ohne dass eine andere Ursache vorangeschickt werden dürfe. Aber wie gesagt, Freiheit bedarf selber eines Gesetzes, um Kausalität zu sein. Eines Gesetzes, das die Notwendigkeit der Verknüpfung von Ursache und Wirkung ausdrückt. Damit dieses Gesetz wiederum nicht den Gedanke der Spontaneität aufhebt, muss es selbst gegeben sein. Der Wille muss, wenn er frei sein soll, nach eigenem Gesetz sich zur Handlung bestimmen, nicht nach fremdem Gesetz, denn sonst wäre er fremdbestimmt, heteronom, unfrei. Also der Gesetzesbegriff ist für Kanz Freiheitsbegriff unentbehrlich. Das ist jetzt mal das Einzige, was ich merken müssen. Der Gesetzesbegriff ist für Kanz Freiheitsbegriff unentbehrlich. Die Vernunft ist praktisch, so sagt er, durch die bloße Vorstellung eines Gesetzes. Das also ist die Idee der Freiheit, die Kanz entwirft. Und jetzt stellt sich die Frage, woher weiß ich, ob diese Freiheit existiert? Haben wir tatsächlich einen freien Willen? Wir wollen uns dieser Frage nähern, indem wir zunächst einen Blick ins Tierreich werfen. Tiere haben keinen freien Willen, sondern sind instinktgetrieben. Ihr Verhalten ist bestimmt durch sinnliche Antriebe. In den Worten Kanz, sie sind pathologisch necessitiert. Necessitiert, also mit Notwendigkeit determiniert. Pathologisch heißt, durch Bewegursachen der Sinnlichkeit. Diese Ursachen gehören zur Naturkausalität. Der menschliche Wille ist pathologisch affiziert. Wir erleben uns als solche, die sinnlichen Antrieben ausgesetzt sind. Sind wir dadurch auch, wie die Tiere necessitiert, also determiniert, was die Freiheit aufheben würde? Vielleicht werden wir durch die sinnlichen Antriebe determiniert, ohne dass wir es durchschauen. Wir kommen uns zwar frei vor, sind es aber in Wirklichkeit gar nicht. So argumentieren ja durchwächst die Leugner der Willensfreiheit, wie etwa der Neurologe Gerhard Roth, der vor vier Wochen gestorben ist. Die Frage, ob wir ähnlich wie Tiere pathologisch necessitiert, also determiniert sind, können wir nur verneinen, wenn wir Gewissheit haben über ein alternatives Gesetz, das dem Willen ermöglicht, sich der Bestimmung durch die Naturgesetzlichkeit zu entziehen und sich selbst zum Handeln zu bestimmen. Und wenn wir in der Tat von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Und dieses Gesetz finden wir tatsächlich. Es ist das moralische Gesetz. Bei ihm ist die Notwendigkeit der Verknüpfung das Sollen. Und der Wille bestimmt sich, wie Kant sagt, nach der Vorstellung dieses Gesetzes. Wir sind uns also dieses Gesetzes notwendigerweise immer bewusst. Die Möglichkeit, dass es uns, ähnlich wie die Naturgesetze, unbewusst bestimmt, ist ausgeschlossen. Und diese Vorstellung ist für Kant eine Vernunftvorstellung. Und das bedeutet, immer, wenn wir moralisch handeln, bestimmen wir uns bewusst nach dem Gesetz der Vernunft, handeln wir rational. Und Kraft dieses Gesetzes wird die Vernunft für sich selbst praktisch. Und deshalb ist sie mit dem reinen Willen identisch. Vernunft wird praktisch, das heißt, Vernunft wird Wille. Kant definiert Freiheit im strengsten Sinne als die gänzliche Unabhängigkeit des Willens vom Naturgesetz der Erscheinungen. Und das heißt, von den Vorstellungen des Angenehmen und Unangenehmen, sodass der Bestimmungsgrund unseres Willens nicht das empirische Objekt, sondern allein die Form des Gesetzes ist. Jetzt merken Sie, wie wichtig es war, woher klarzustellen, dass die moralische Qualität des Willens nicht vom Objekt empfangen wird, sondern vom Gesetz. Er schreibt, Zitat, Also ist ein Wille, dem die bloße gesetzgebende Form der Maxime allein zum Gesetze dienen kann, ein freier Wille. Und das impliziert bereits die Definition des moralisch guten Willens, der aus Pflicht handelt, aus Achtung vor dem Gesetz. Sodass Kant fortschreiten kann zur Definition der praktischen Freiheit als die Unabhängigkeit des Willens von jedem anderen, außer allein dem moralischen Gesetz. Mit der gesetzgebenden Form, von der eben die Rede war, meint Kant den Sonnenscharakter. So hatte schon Anselm von Canterbury, der Vater der Scholastik, den gerechten Willen definiert. Der gerechte Wille ist jener, der das will, was er soll, der will, dass er soll und der will, weil er soll. Aber zurück zur kann. Ob ich wirklich frei bin, kann ich also allein dadurch verifizieren, dass ich mich tatsächlich Kraft des Sittengesetzes, das mir in der Sollenserfahrung als ein unleugbares, sich aufträngendes Faktum der Vernunft gegeben ist, zum Wollen und Handeln bestimme. Indem ich moralisch handle, beweise ich mir selbst, dass ich frei bin. Indem ich mich dazu entschließe, moralisch zu sein, mache ich genau jene Freiheit wirklich, die mir durch das moralische Gesetz gezeigt wird. Kant, also ist es das moralische Gesetz, welches sich uns zuerst darbietet und, indem die Vernunft es als einen von sinnlichen Bedingungen gänzlich unabhängigen Bestimmungsgrund darstellt, gerade auf den Begriff der Freiheit führt. Ohne Moralität keine Freiheit. Frei im Sinne von autonom, selbstbestimmt, sind wir also nach Kant in dem Maße, in dem das moralische Gesetz zum Bestimmungsgrund unseres Willens wird, unabhängig von sinnlichen Antrieben. sinnliche Antrieben sind für ihn das Prinzip der Selbstliebe. Der Wille ist also das Vermögen vernünftiger Wesen, ihre Kausalität durch die Vorstellung von Regeln zu bestimmen. Das heißt, wir handeln immer nach Maximen. Das sind diese Regeln, die wir uns zu eigen machen. Moralisch handeln wir, wenn unsere Maximen gesetzestauglich sind. Wenn wir also nach praktischen Prinzipien a priori handeln. A priori unabhängig von der Erfahrung. Das heißt hier unabhängig gereinigt von empirischen Antrieben. Der Dualität, moralisch nicht moralisch, entspricht exakt die Dualität a priori empirisch. Erst die A priori gewährleistet die strenge Notwendigkeit, die der Begriff des Gesetzes impliziert. Deshalb duldet das Sittengesetz keine Ausnahmen. Es handelt sich, wie schon gesagt, bei jener Vorstellung von Regeln um eine Vernunftvorstellung. Der reine Wille, der von empirischen Antrieben unabhängig ist, ist deshalb mit der praktischen Vernunft identisch. Und deshalb gilt, das ist ein Schlüsselsatz bei Kant, reine Vernunft ist für sich allein praktisch und gibt dem Menschen ein allgemeines Gesetz, welches wir das Sittengesetz nennen. Gesetzgebend ist also die reine Vernunft, nicht mein empirischer Wille, dass ich mir das Sittengesetz irgendwie ausdenke. Der empirische Wille ist frei, nicht trotz, sondern aufgrund des Sittengesetzes, nämlich indem er sich der Gesetzgebung der reinen Vernunft unterwirft. Das Sittengesetz ist das Gesetz der Freiheit. Fällt es weg, zerfällt die Freiheit. Der Wille sinkt hinab in die Heteronomie, indem er sich den sinnlichen Bestimmungsgründen ausliefert, die das Prinzip der Selbstliebe ausmachen. Empfänger des Gesetzes ist der empirische Mensch, der nicht ein reines Vernunftwesen, sondern gleichzeitig auch ein Sinnenwesen ist, dessen Wille immer auch pathologisch affiziert ist. Und nur als Sinnenwesen empfindet er das moralische Gesetz als einschränkend, denn das Gesetz gebietet bei Abbruch aller entgegengesetzten Neigungen. Auch gutartige Neigungen, also solche, die dem Gesetz nicht widerstreiten, sind blind und knächtig. Bei Kant. Das wäre ein Punkt, wo jetzt zum Beispiel Thomas und die klassische Philosophie Einspruch erheben würde. Aber es ist ganz klar bei Kant, aus Neigung zu handeln, egal welche Art die Neigung ist, bedeutet Heteronomie. Von dieser sind wir immer wieder bedroht. Daraus ergibt sich, was ganz wichtig ist für den Autonomiebegriff. Autonomie ist nicht sicherer Besitz, sondern lebenslange Aufgabe. Wir können uns hier nur in einem unendlichen Progressus ernähren, im endlichen Fortschreiten. Das Ziel dieser Annäherung ist das Ideal der Heiligkeit. Wörtlich Kant, Ideal der Heiligkeit. Dieses besteht in der völligen Angemessenheit der Gesinnungen zum moralischen Gesetz. Und wir können es nie vollständig erreichen. Kant spricht von der Heiligkeit und der feierlichen Majestät des Gesetzes. Man kann sich an seiner Herrlichkeit nicht satt sehen. Es erfüllt uns unvermeidlich mit Achtung. Das sind alles Ausdrücke, die die Vorgegebenheit des Sittengesetzes ausdrücken und den Gedanken, es könne von Menschen ersonnen sein, völlig ausschließen. Es wird nicht von uns Menschen gesetzt, sondern ist uns vorgegeben von der reinen Vernunft, von der reinen Vernunft, die allen möglichen Vernunftwesen gemeinsam ist, die also überindividuell ist. Auch Gott gehört zu diesen Vernunftwesen. Auch ihm ist die Natur der Vernunft und damit das Sittengesetz vorgegeben. Auch für den göttlichen Willen gilt, dass sich sein moralischer Wert nach seiner Übereinstimmung mit dem Sittengesetz bemisst. Der Unterschied zum menschlichen Willen besteht lediglich darin, dass der göttliche Wille mit dem Sittengesetz erstens vollständig und zweitens notwendigerweise übereinstimmt. Warum notwendigerweise? Weil Gott kein Sinnenwesen ist und deshalb sinnliche Bestimmungsgründe für seinen Willen nicht in Frage kommen. Ein reiner Wille ist immer auch ein guter Wille, denn er hat nur sich selbst und damit Vernunft und damit das Sittengesetz als Bestimmungsgrund. Die Begriffe reiner Wille, guter Wille und freier Wille, frei im strengsten Sinne, sind für Kant austauschbar. Von all dem ist bei Stried, Görz und Co. nicht mehr die Rede. Der Begriff der Freiheit wird nicht mehr durch seinen Bezug zum Sittengesetz bestimmt, sondern tritt an dessen Stelle. Die Freiheit selbst wird zum höchsten Wert und zum Geltungsgrund moralischer Normen. Das ist soweit ich sehe schon bei Thomas Pröpper der Fall, dem geistigen Vater, dieser ganzen Bewegung, aber die Konsequenzen werden erst bei seinen Schülern sichtbar. Wenn die Freiheit der Ursprung moralischer Normen ist, gleichzeitig auch deren Adressat, dann wird Freiheit zu einer selbstreferenziellen Größe, die außerhalb ihrer selbst keines Zweckes bedarf, um Rechtfertigung und keiner Wahrheit, um Orientierung zu finden. Freiheit wird ihr eigener Bestimmungsgrund. Kant dagegen ist der Überzeugung, dass das moralische Gesetz der Bestimmungsgrund der Freiheit ist, und zwar, wie er sagt, unzertrennlich, sofern Autonomie überhaupt möglich sein soll. Wenn der Freiheitsbegriff seines konstitutiven Bezugs zum Sittengesetz beraubt wird, ist es nur noch folgerichtig, nicht das vom Sittengesetz geforderte Ideal, sondern die Freiheit selbst als das Höchste anzusehen. Magnus Stried wird nicht müde, eben dies zu beteuern. Die Wendung, Freiheit sei das Höchste, wiederholt sich in seinen Ausführungen mit mantraartiger Zuverlässigkeit. Und das ist völlig unkanzianisch. Bei Kant ist das Höchste die Tugend. Sie ist das oberste Gut und wird zum höchsten Gut vollendet durch die Glückseligkeit, deren man durch die Tugend würdig wird. Deshalb kennt Kant Tugendpflichten, die den Begriff eines Zwecks implizieren, eines Zwecks, den wir haben sollen, den also die reine praktische Vernunft in sich hat, deren höchster unbedingter Zweck darin gesetzt wird, Doppelpunkt, dass Tugend ihr eigener Zweck ist. Das ist Kant. Tugend ist moralische Vollkommenheit, und zwar jene, die das moralische Gesetz von uns fordert. Und er schreibt, der Wert einer dem moralischen Gesetz völlig angemessenen Gesinnung ist unendlich. Tugend ist moralische Gesinnung im Kampf. Diesen Kampf haben wir stets nötig, da die Reinheit unserer Gesinnung durch die sinnlichen Antriebe gefährdet ist und wir stets hinter den Anforderungen des Sittengesetzes zurückbleiben. Deshalb ist eine wesentliche Wirkung des Sittengesetzes unsere Demütigung. Das ist die Niederschlagung unseres Eigendünkels. Gleichzeitig lehrt uns der reine moralische Beweggrund, die eigene Würde fühlen und gibt uns dadurch die Kraft, uns von aller sinnlichen Anhänglichkeit, sofern sie herrschend werden will, loszureißen. Und in der Seelengröße, zu der wir bestimmt sind, reichliche Entschädigungen zu finden, für die Opfer und für die Selbstverleugnung, die mit jenem Losreißen verbunden sind. Solche Gedanken, die bei Kant einen großen Raum einnehmen, sind unseren Autonomie-Theologen fremd. Deren selbstreferenzielle Freiheit hat schon von vornherein ihre Würde, die nicht errungen, sondern bloß geschützt werden muss. Und dieser Schutz besteht in der Abwehr aller normativen Autoritätsansprüche, die nicht wiederum im Dienst der Freiheit stehen. Bei Kant dagegen macht die Freiheit deshalb unsere Würde aus, weil sie Moralfähigkeit bedeutet. Moralität ist die Bedingung, unter der allein ein vernünftiges Wesen Zweck an sich selbst sein kann. Also ist Sittlichkeit und die Menschheit, sofern sie derselben fähig ist, dasjenige, was allein Würde hat. Die Moralfähigkeit ist unverlierbar. Aber das allein macht noch nicht unseren moralischen Wert als Person aus, weil dieser vom moralischen Gebrauch der Freiheit abhängt. Nach Kant wird unser persönlicher Wert ohne Einstimmung mit dem moralischen Gesetz auf nichts herabgesetzt. Natürlich enthält diese kantische Konzeption des Sittengesetzes auch Kritikwürdiges. Eine der entscheidenden Anfragen an sie lautet, warum soll ich der gesetzgebenden Vernunft überhaupt gehorchen? Woher nimmt sie ihre Autorität? Die Moderne, wie sie im Zeitalter der Aufklärung anhob, zeichnet sich durch zwei Grundzüge aus. Die Hochschätzung der Vernunft und die Skepsis gegen jede Autorität. Wenn aber, wie bei Kant, das Sittengesetz seine Autorität ganz der Vernunft verdankt, dann geraten diese Gegensätze miteinander in Konflikt. Diese Dialektik der Aufklärung beschreiben Adorno und Horkheimer auf folgende Weise, Zitat, Das antiautoritäre Prinzip muss schließlich ins eigene Gegenteil, in die Instanz gegen die Vernunft selber umschlagen, die Abschaffung alles von sich aus Verbindlichen. Bei Friedrich Nietz ist genau dies geschehen. Er hat die Vernunft ihrer Autorität beraubt, indem er das kantlich gedachte Verhältnis zwischen Vernunftnatter und Sinnnatur des Menschen umkehrte. Nicht die Vernunft ist das eigentliche Selbst des Menschen, sondern das Tier in ihm. Die Vernunft ist nur eine Krankheit, eine Degenerationserscheinung, ein schlechter Ersatz für den Instinkt. Durch diese Entthronung der Vernunft macht Nietzsche den Weg frei, das Sittengesetz als etwas Menschengemachtes zu entlarven, als eine Erfindung. Die Methode dieser Entlarvung ist die genealogische. Das heißt, die historische Nachzeichnung des Weges, wie es zu dieser Erfindung kam. Die Genealogie der Moral. Dem Verdacht, eine bloße Fiktion zu sein, ist auch die kantische, reine Vernunft ausgesetzt. Gibt es die überhaupt? Was real existiert, ist deine und meine Vernunft. Also die empirische Vernunft des Individuums, die mit dessen biologischem Leben beginnt und vergeht. Sie existiert, diese empirische Vernunft existiert als etwas Kontingentes und Vergängliches. Der Begriff der reinen Vernunft ist auf diesem Hintergrund ein Abstraktionsprodukt. Wie kann dann das Sittengesetz, das ein Spruch dieser Vernunft ist, seinerseits mehr sein als ein Abstraktionsprodukt? Tatsächlich ist für Kant die Achtung für das Sittengesetz nur die Achtung für eine bloße Idee, nicht für eine Wirklichkeit. Also wir merken, ganz großartige Einsichten in die feierliche Majestät und gebietende Autorität des Sittengesetzes können wir nur retten, wenn die Vernunft, die als überindividuelle Gesetzgeberin fungiert, eine Wirklichkeit ist. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist sie eine göttliche Wirklichkeit, eine Urvernunft, in der auch die ehrfurchtgebietende Heiligkeit als Wirklichkeit und nicht bloß als Idee subsistiert und dann ist Kant das Sittengesetz gerettet? Oder es existiert nur die menschliche Vernunft in ihrer metaphysischen Kontingenz und historischen Bedingtheit und dann wird das Sittengesetz etwas menschengemachten. Magnus Stritt entscheidet sich für die zweite Möglichkeit. Er sagt, Werte und Normen sind das Resultat eines historischen Prozesses. Das schreibt er ganz im Sinne der genealogischen Betrachtungsweise, die er ausdrücklich befürwortet. Dieses Verdikt richtet sich bei ihm vor allem gegen die von der Kirche gelehrte angeblich göttliche Ordnung, die in Wahrheit von Menschen ersonnen und sanktioniert worden sei. Aber er ist konsequent genug, diesen Gedanken auch auf die Idee der Freiheitsrechte anzuwenden, die ihre Geburtsstunde erlebten, als, so schreibt er, als in der Vernunft des Menschen die Idee gleicher Rechte aller ersonnen wurde. Ganz folgerichtig wirft er Kant vor, die historische Bedingtheit seiner eigenen Idee zu übersehen. Kant dachte nicht historisch, das von ihm beanspruchte Sollensphänomen ist für ihn gegeben ohne den Index geschichtlicher Kontingenz. Kant sei nicht klar gewesen, dass der Unbedingtheitsanspruch, der sich in der moralischen Sollensforderung ausdrückt, auch noch einmal den Index von kultureller Evolution trage. Damit nimmt Strieg nicht nur eine kosmetische Korrektur an Kants Philosophie vor, sondern er verlässt den Boden seiner ganzen Philosophie, der Transidentalphilosophie. Weil er den Gedanken der Apriorität aufgibt. Das ist für Kant das Schlimmste, was seiner Philosophie widerfahren kann. Das bringe ich jetzt mal wörtlich. Er schreibt, Was Schlimmeres könnte aber diesen Bemühungen wohl nicht begegnen, als wenn jemand die unerwartete Entdeckung machte, Sie müssen den ironischen Unterton heraushören, als wenn jemand die unerwartete Entdeckung machte, dass es überall gar keine Erkenntnis a priori gebe oder geben könne. Allein es hat hiermit keine Not. Es wäre ebenso viel, als ob jemand durch Vernunft beweisen wollte, dass es keine Vernunft gebe. So in der Kritik der praktischen Vernunft. Stried ist nicht, wie er meint, über Kant hinausgegangen, sondern hinter ihn zurückgefallen. Kant wollte die strenge Allgemeingültigkeit des Sittengesetzes, wie auch jeder Verstandeserkenntnis, sichern durch ihre Apriorität, also ihre Unabhängigkeit von aller Empirie. Die Apriorität ist ihrerseits gegeben durch den der Vernunft zukommenden Charakter als Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung und damit auch der Gegenstände der Erfahrung, also der gesamten empirischen Welt, die mir in den apriorischen Anschauungsformen von Raum und Zeit gegeben ist. Geschichte als Gesamtheit dessen, was in der Zeit geschieht, ist neben der Natur der Inbegriff dessen, was diese empirische Welt ausmacht. Dass also die Verstandeswelt den Grund der Sinnenwelt enthält, gehört zur Grundstruktur der kantischen Philosophie. Wenn die apriorische Natur der Vernunft ihrerseits von der Erfahrungswelt abhängig und damit kontingent wäre, würde ein Widerspruch in das kantische System hineingetragen, der es sprengt. Ein bisschen a priori geht nicht. Nur weil das sittliche Prinzip ein synthetisches Urteil a priori ist, hält Kant sich für berechtigt, das Sittengesetz für die moralische Beurteilung selbst des göttlichen Willens in Anspruch zu nehmen. Diese Berechtigung hat ihren Grund darin, dass für Kant das Sittengesetz gerade nicht etwas ist, was wir ersonnen haben, sondern das wir vorfinden und das mit einer Autorität an uns herantritt, die uns bindet, ob wir wollen oder nicht. Zitat. Nun findet jeder Mensch in seiner Vernunft die Idee der Pflicht und zittert beim Anhören ihrer ehrenden Stimme, wenn sich in ihm Neigungen regen, die ihn zum Ungehorsam gegen sie versuchen. Zitat Ende. Bei Stried hört sich das ganz anders an. Er schreibt, Zitat, diese Würde, sich selbst bestimmen zu dürfen, ist einem jeden Menschen zuzusprechen. Freiheit ist, wenn Autonomie ist. Insofern, aber auch nur insofern, macht die Freiheit die Wahrheit. Wenn die Wahrheit ist, das Freiheit soll. Diese Freiheit wäre dann freilich eine Gesetzte. Eine von der menschlichen Freiheit selbst gesetzte. Und dies hat auch Folgen für den Gottesbegriff. Ist der menschlichen Freiheit die Würde der Freiheit das Höchste, so kann sie nur einen Gott akzeptieren, der sich in ihr moralisches Universum einfügt. Zitat Ende. Die menschliche Freiheit ist also einem vom Menschen selbst gesetzte. Und weil dem Menschen diese Freiheit das Höchste ist, muss Gott sich diesem moralischen Universum einfügen. Hier wird der Mensch zum Gesetzgeber Gottes. Nicht der Mensch steht vor dem Problem, wie finde ich einen gnädigen Gott, sondern Gott vor dem Problem, wie finde ich einen gnädigen Menschen, der mich akzeptiert. Die Idee einer göttlichen Ordnung, der sich der Mensch einfügen muss, wird von Stried abgelehnt. Dafür aber die Idee einer vom Menschen ersonnenen Ordnung etabliert, der sich Gott einfügen muss. Und da alles nach Stried dem geschichtlichen Wandel unterliegt, bedeutet dies die Vorstellung eines Gottes, dem zugemutet wird, über jedes Stöckchen zu springen, das die kulturelle Evolution im Laufe der Zeit an Normvorstellungen hervorbringt. Vielleicht gibt es in 100 Jahren einen Freiburger Theologen, der einen anderen Wert zum Höchsten erklärt. Und überhaupt, wer sagt denn, dass Stried mit seinen Moralvorstellungen die Menschheit repräsentiert? Er schreibt zwar, dass Gott den moralisch-ethischen Maßstäben des Menschen entsprechen müsse, aber in Wirklichkeit meint er mit diesen Maßstäben seine eigenen. Wohl kaum die etwa eines Hindu in Nepal, eines Moslems in Mekka oder gar eines katholischen Papstes aus Polen oder Bayern. Wessen Normvorstellungen sollte ich den Gott nun fügen, um von allen akzeptiert zu werden? Also um es noch einmal deutlich herauszustellen, den Unterschied zu Kant. Den Rechtsgrund für unsere Befugnis, Gottes Willen moralisch zu beurteilen, sieht Kant in der strikten Allgemeingültigkeit des Sittengesetzes. Stried sieht ihn im Willen des Menschen, der will, dass Freiheit das Höchste ist. Die Abwehrfunktion des Autonomiebegriffs bekommt bei unseren Theologen eine völlig andere Stoßrichtung als bei Kant. Für Kant ist die Autonomie ohne eine Kultur der Zucht, die in der Befreiung des Willens von dem Despotism der Begierden besteht, nicht zu haben. Für unsere Theologen wendet sich der Autonomiebegriff nicht gegen den Despotism der Begierden, sondern im Namen des freien Auslebens derselben gegen die Autoritätsansprüche Gottes und der Kirche. Gott hat freiheitsfürchtig zu sein. Er hat kein Recht, uns zu etwas zu verpflichten, wozu wir nicht sowieso schon verpflichtet sind, beziehungsweise uns verpflichtet haben. In diesem Punkt stimmt er mit Kant überein. Auch Kant lehnt die Idee positiver göttlicher Gebote ab. Kant tut es, weil er alle Autorität dem Sittengesetz vorbehalten hat. Bleibt für den lieben Gott nichts mehr übrig. Unsere Theologen lehnen sie ab, weil sie nicht einmal die Autorität des Sittengesetzes anerkennen, sondern nicht nur die der eigenen Freiheit. Damit versperren sie sich den Weg, von Kant aus zum christlichen Gottesbegriff vorzudringen, der meines Erachtens so zu beschreiben ist. Sobald ich die Beziehung des Sittengesetzes zu Kant, nicht kantianisch denke, als Verhältnis des Normierenden zum Normierten, sondern als Identität, Gott als das Sittengesetz in Person, Sobald ich das tue, tritt im Verhältnis zu meinem Willen Gott selbst das Erbe des kantianischen Sittengesetzes an und wird zum inneren Ermöglichungsgrund meiner Autonomie. So wie bei Kant das Sittengesetz ist bei uns der liebe Gott. Die Ausschließlichkeit, mit der im Kantianismus allein der Achtung fürs Gesetz die Rolle moralischer Motivation und damit der Autonomiestiftung zukommt, ist sachlich identisch mit der Ausschließlichkeit, mit der das Christentum diese Liebe, diese Rolle der Liebe zuschreibt. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich mein Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützt es mir nichts. Erster Korinther Ich komme zum Schluss. In einem Punkt hat Stried recht. Der Gedanke einer Monopolstellung der Freiheit ist Kant nicht fremd. Doch wo kommt dieser Gedanke vor? In der Rechtslehre. Freiheit ist für Kant das einzige ursprüngliche, jedem Menschen, Kraft seiner Menschheit zustehende Recht. Zitat In diesem Zusammenhang definiert Kant Freiheit als die Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür. Merken Sie was? Das ist genau der Autonomiebegriff, der von unseren Theologen gegen Gott ins Spiel gebracht wird. Das heißt, sie verrechtlichen unsere Gottesbeziehung. In rechtlichen Beziehungen kommt es nur auf die Legalität, nicht auf die Moralität der Handlungen an. Kann also vom 7. Gesetz tatsächlich abgesehen werden. Liebe und Hingabe haben in ihnen erst recht keinen Platz. Wenn die heilige Edith Stein schreibt, die Hingabe unseres Willens ist das, was Gott von uns verlangt und was wir leisten können. Sie ist das Maß unserer Heiligkeit. Dann formuliert Edith Stein ein Heiligkeitsideal, das unseren Autonomieverfechtern doppelt unverständlich ist. In moralischer und in rechtlicher Perspektive. Im moralischer, da Gottes Wille für unsere Moralität irrelevant ist, kann der Preisgabe eigener Freiheit durch Hingabe an diesen Willen kein moralischer Wert zukommen, sondern muss als Heteronomie zurückgewiesen werden. Und auf rechtlicher Ebene muss Gott als übergriffig erachtet werden, wenn er die Hingabe unseres Willens verlangt. Solches Verlangen provoziert Abwehrreflexe, wie wir sie gut bei Saskia Wendel beobachten können, die es ablehnt, so schreibt sie in ihrem Buch, einem göttlichen Herren wie ein Vasall gehorsam zu schulden, gehorsam schulden zu müssen, sondern die es vorzieht, ihm auf Augenhöhe zu begegnen, in aufrechter Haltung, nicht auf den Knien. Wird in rechtlichen Kategorien gedacht, dann bekommt die Rede von der Liebe Gottes zu uns nur noch den Sinn, dass er unserer Freiheit achtet. So bei Stried. Also auf gut Deutsch, dass er uns in Ruhe lässt. Und nicht reinredet mit irgendwelchen Geboten und Gehorsamsansprüchen. Dem Gott der westlichen Theologietraditionen wirft Stried vor, eben dadurch viele Menschen zu verkraulen, die sich ihm lieber entziehen nach dem Motto, Zitat, lieber gottlos unglücklich sein, als sich noch länger in den Fängen eines Gottes zu befinden, der keine Luft zum Atmen und für das Diesseits lässt. Zitat Ende. Sogar das Vorauswissen Gottes wird zu einer Bedrohung unserer Freiheit und darum geleugnet. Das bedeutet, ich als einzelner Mensch existiere nicht, weil Gott mich bereits vor meiner Existenz kannte und aus Liebe ins Sein gerufen hat, sondern weil ich selbst ursprüngliche Freiheit bin. Ein Subjekt, das sich selbst konstituiert und weil ich als solches dann die Hoffnung Gottes erfüllt habe, Zitat, dass sich in seiner Schöpfung Freiheit regt. Hier erkennen wir, nicht nur Kants Autonomie, auch das Gottesbild gerät in den Strudel heutiger Theologie. Tatsächlich, wenn Gott weder als Liebe der Schöpfer unserer Freiheit ist, noch als Sittengesetz derjenige, der unsere Freiheit moralisch in Anspruch nimmt, dann ist er unserer Autonomie gegenüber ein Fremder, der entsprechend nach dem Grundsatz gleiches Recht für alle behandelt werden darf. Wie ein fremder Mensch, dem wir von vornherein zunächst einmal gar nichts schulden. Autonomie bedeutet dann, wir entscheiden frei aufgrund eigener moralischer Maßstäbe, ob wir ihn akzeptieren und in welchem Maße wir freundschaftliche Nähe zulassen. Frei nach dem Motto, nicht du, oh Gott, hast mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt. Wie weit dieser Stried- und Wendelgott mit dem christlichen Gott noch etwas zu tun hat, mag jeder selbst beurteilen. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Wendelgott Wendelgott